Die nächste Rednerin hat Beate Müller-Gemmecker von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei manchen Petitionen geht es ja um ganz private Anliegen. Kommen die Menschen alleine nicht weiter, dann ist die Petition ihre letzte Hoffnung. Eine Frau versuchte beispielsweise jahrelang vergeblich, dass sie wieder eingebürgert wird. Jetzt ist sie wieder deutsche Staatsbürgerin. Hier war die Zusammenarbeit mit dem Kollegen Günter Baumann richtig gut. Wir haben an einem Strang gezogen, und zwar mit Erfolg. Herzlichen Dank dafür! Doch nicht alles läuft so rund. Gerade wenn es um politische Anliegen geht, insbesondere bei sozialen Themen wie Befristung, Arbeitslosengeld II, Leiharbeit, Mobbing, und Pflegerente. Wenn Petitionen also auf Ungerechtigkeiten und Gesetzeslücken aufmerksam machen, werden viel zu viele Petitionen flugs abgeschlossen. Sinn und Zweck von Petitionen ist aber, eine Einschätzung zu erhalten, wie und ob Gesetze tatsächlich funktionieren. Wenn wir eine Petition überweisen, dann sagen wir ja nicht, das muss jetzt genau in dieser Form umgesetzt werden. Nein, wir drücken vielmehr aus, hier stimmt was nicht, hier besteht Handlungsbedarf. Petitionen sind ein Fingerzeig, ein Impuls, eine Anregung. Sie hingegen stellen viel zu häufig den Koalitionsvertrag über die Anliegen der Menschen. Und das ist für uns, gerade im Petitionsvertrag, nicht akzeptabel. Das stimmt schon. Ja, und eine öffentliche Petition muss ich einfach ansprechen, und zwar die Telekom-Petition, denn hier geht es einfach nicht weiter. Diese Verdi-Petition kritisiert die gewerkschaftsfeindliche Haltung von T-Mobile in den USA und wendet sich deshalb an die Bundesregierung. Und das macht durchaus Sinn, denn T-Mobile gehört zu 67 Prozent der Deutschen Telekom, und die Bundesrepublik Deutschland ist wiederum mit über 30 Prozent an der Telekom beteiligt. Die Bundesregierung soll also Einfluss nehmen, und das wäre auch bitter nötig, denn die Beschäftigten bei T-Mobile werden ausgespäht, eingeschüchtert, abgemahnt und auch gekündigt, wenn sie sich gewerkschaftlich organisieren wollen. Die ILO-Kernarbeitsnormen gelten aber weltweit, und deshalb müssen sich die Telekom-Beteiligungen auch im Ausland anständig verhalten. Mittlerweile unterstützen rund 50.000 Menschen diese Petition, also genug für eine öffentliche Anhörung. Die Opposition ist dafür. Die SPD eigentlich auch, doch die Union sperrt sich vehement dagegen. Und als Konsequenz setzen ja wir, die Oppositionsfraktionen, jetzt jede Woche die öffentliche Anhörung auf die Tagesordnung. Und Sitzungswoche für Sitzungswoche, jetzt schon sechsmal, verschieben die Regierungsfraktionen diese Entscheidung, weil sie sich nicht einigen können. Das ist ein absurdes Theater. Und das missachtet vor allem... Und das missachtet vor allem die vielen Menschen, die diese Petition unterstützen. Und das kritisieren wir aufs Schärfste. Aber keine Sorge, wir werden weiter streiten und werden auch weiterhin die Petitionen als das betrachten, was sie sind. Eine Rückmeldung an die Politik. Und wir nehmen das ernst. Vielen Dank. Vielen Dank.